Meine lieben Geschwister, wie wir alle wissen, umfasst der Islam das komplette Leben eines Menschen. Das gesamte Leben eines Muslims wird vom Islam umschlossen umfasst. So heißt es im Koran, sprich mein Gebet und meine Kulthandlung, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Es gibt also keinen Bereich im Leben eines Muslims, der nicht durch den Islam abgedeckt wird. Man ist also nicht nur Muslim, wenn man gerade im Gebet ist. Wir sind nicht Muslime, wenn wir gerade in der Moschee sitzen. Wir sind nicht nur Muslime, wenn wir im Monat Ramadan sind oder wenn wir fasten oder wenn wir die Pilgerfahrt durchführen oder wenn wir Allah Lob preisen. Den kompletten Tag, die komplette Woche, den kompletten Monat, das komplette Jahr sind wir Muslime, unser gesamtes Leben. Unsere Geburt gehört dazu und unser Sterben wird dazu gehören. Alles wird umfasst durch den Islam. Und es ist ein Segen für uns alle, dass Allah uns hat dies erkennen lassen, dass wir in der Moschee sitzen, dass wir beten und dass wir fasten, dass wir den Dingen nachkommen, denen wir nachkommen müssen. Wie viele von den Muslimen, die es auf der Welt gibt, sitzen nicht zum Freitagsgebet in den Moscheen, um beim Freitagsgebet teilzunehmen. Wie viele Menschen beschäftigen sich nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Von daher ist es ein Segen, ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala, für das wir dankbar sein müssen. Aber Alhamdulillah, wenn wir die Situation in Deutschland betrachten und in Europa betrachten, dann hat sie sich verändert. Vor 20, 30, 40 Jahren war es noch nicht so. Die Moscheen waren leer. Und die Leute, die in den Moscheen waren, waren ältere Leute. Heute finden wir in den meisten Moscheen über die Hälfte junge Muslime, die erkannt haben, dass der Islam nicht nur in der Moschee gelebt wird oder beim Gebet oder im Monat Ramadan, sondern im kompletten Leben. Egal, wo ich gerade bin. Und das ist ein gutes Zeichen. Und dafür müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein, dass er uns diesen Weg hat gehen lassen. Der Mensch bemüht sich also und der Muslim bemüht sich, Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden zu stellen. Und er achtet auch auf Kleinigkeiten. Wir sehen zum Beispiel, ein Muslim achtet heute darauf, pingelig, penibel, dass er nur etwas ist, was halal ist. Es hat nichts direkt mit dem Gebet zu tun. Es ist keine direkte gottesdienstliche Handlung. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns verboten, dass wir Schweinefleisch essen, dass wir Alkohol trinken, dass wir verendete Tiere zu uns nehmen. Und darauf achtet ein Muslim. Und das ist gut. Das ist ein Zeichen des Imams. Das ist ein Zeichen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen wollen, so wie er es für uns vorgesehen hat. Es ist ein gutes Zeichen. Manche Geschwister gehen so weit, dass sie sogar auf diese ganzen Zahlen, die man im Grunde genommen gar nicht mehr überblicken kann, dass sie sogar darauf achten. Wobei es da natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Was darf man, was darf man nicht. Manche sagen, man darf das. Manche sagen, man darf das nicht. Aber trotzdem ist es im Generellen ein gutes Zeichen. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass der Muslim versucht, auch in diesen anderen Bereichen des Lebens darauf zu achten, dass er Allahs Wohlgefallen erlangt. Wir sehen also einen Muslim, der geht einkaufen und achtet darauf, dass er nur einkauft, was Halal ist. Denn schließlich wird er es essen. Wenn er was zu trinken kauft und er ist sich nicht sicher, dann schaut er drauf und guckt, ist da etwas Alkohol drin, dann nehme ich das nicht. Bei der Schokolade schauen wir, ist da Alkohol drin. Wenn wir wissen, da steht, Alkohol ist enthalten, dann legen es die meisten zurück. Und das sind gute Zeichen. Wir sehen, dass der Iman in uns lebt. Aber der Mensch ist vergesslich. Der Mensch ist vergesslich und der Mensch ist nachlässig. In den meisten Fällen unbeabsichtigt, manchmal überschreitet er bestimmte Grenzen, weil es ihm schwerfällt. Und möge Allah all denjenigen, denen es schwerfällt, dazu verhelfen, dass sie inshallah Allahs Weg in den kleinen und in den großen Dingen einhalten. So sehen wir, die Muslime achten auf diese Dinge, was jeder zu sich nimmt. Ist es Halal oder nicht? Wir achten aber nicht drauf, oder viele von uns achten nicht drauf, woher das Geld kommt, womit wir uns diese Nahrungsmittel kaufen. Wir achten darauf, was wir essen, dass es Halal ist. Aber ob das Geld, womit wir das kaufen, Halal ist, darauf achten deutlich weniger. Es ist vielleicht oft eine Nachlässigkeit. Es ist eine, die Vergesslichkeit, die den Menschen dazu gebracht hat. Und manche Gelehrte sagen, das Wort Mensch im Islam, insane, hat die gleiche Wortwurzel wie das Wort Nesir, vergessen. Also stammt das Wort des Menschen von der Vergesslichkeit ab so, insofern, dass der Mensch natürlich auch vergesslich ist. Und der Mensch ist vergesslich. Und es gibt in einem Hadith des Propheten Mohammed, wo er gesagt hat, wenn der Mensch vergesslich ist, Allah übersieht das. Allah vergisst das. Allah berechnet das nicht, wenn jemand etwas vergessen hat. Doch Nachlässigkeiten, darauf sollte man achten. So wie wir darauf achten, was wir essen, ob es Halal ist und was wir zu uns nehmen, was wir trinken, so sollten wir genau auch darauf achten, ob das Geld, womit wir diese Sachen kaufen, ob das auch Halal ist. Denn in dem Hadith, der überliefert worden ist von Abu Huraira, dem Gefährten des Propheten, da sagt der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ist gut, rein, sauber, und er akzeptiert nichts, außer was gut, rein und sauber ist. Und Allah hat den Gläubigen auferlegt, was er bereits vorher den Propheten auferlegt hat. Und dann rezitierte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Verse aus dem Koran. In der ungefähren Übersetzung heißt es, O ihr Propheten, esst von den guten Dingen, die ich euch erschaffen habe und tut rechtschaffene Dinge, handelt rechtschaffen. Allah spricht in diesem Vers, ich bin wahrlich über dessen, was ihr tut, kundig. Und dann sagte der Prophet weiter, in einem anderen Vers des Korans, den er rezitierte, O ihr Gläubigen, esst von den guten Dingen, von denen euch Allah subhanahu wa ta'ala versorgt hat. Und immer heißt es von den guten Dingen, etwas, was gut ist, was rein ist, was sauber ist. Und dann sagt der Prophet in dem Hadith weiter, indem er einen Mann erwähnte, der eine lange Reise zurücklegte und erschöpft und müde angekommen ist. Er war verstaubt und schmutzig. Und dieser Mann hebt seine Hände Richtung Himmel und bittet Allah. Und dann sagte der Prophet, dieser Mann, der seine Hände hebt und Allah bittet, oh mein Herr, oh mein Herr, ja Rabb, ja Rabb, während sein Essen haram ist und während sein Trinken haram ist und während seine Kleidung haram ist und während das, wovon er sich ernährt, womit er sich ernährt, haram ist, wie soll diesem sein Dua erhört werden? Daran sieht man, alle Bedingungen sind erfüllt, dass dieses Dua angenommen wird. Jemand, der auf der Reise ist, jemand, der sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendet, der erschöpft ist. Und wir wissen, wie die Reisen damals vonstatten gegangen sind. Man war erschöpft und man ist müde gewesen. Von Mekka nach Medina ist man zehn Tage, zehn, elf Tage gereist. Und die anderen Reisen waren auch sehr lang und sehr erschöpfend. Also die Bedingungen waren gegeben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Bittgebete, die Duas, die jemand in einer solchen Situation stellt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese annimmt und diese erhört und daraufhin antwortet. Doch in diesem Fall wird deutlich, in dem Hadith, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deutlich gemacht hat, wie soll dieser Person das Dua erfüllt werden, wenn seine Nahrung, sein Essen und sein Trinken haram ist und nicht nur die Nahrung an sich, sondern auch der Weg, wie er sich das erwirbt. Und während seine Kleidung haram ist, was kann an einer Kleidung haram sein? An der Kleidung kann unter anderem zum größten Teil haram sein, wie man es erworben hat. Habe ich es geklaut? Habe ich jemanden betrogen? Habe ich es auf irgendeine Art mir angeeignet, wie es mir nicht islamisch zusteht? Und in dem letzten Teil, und er ernährte sich von Dingen, die haram sind, auf einem Wege, der haram ist. In einem anderen Hadith des Propheten, Muhammad heißt es, sallallahu alaihi wa sallam, es wird eine Zeit über die Menschen hereinbrechen, wo der Mensch sich nicht darum kümmert, wie er die Dinge erwirbt, wie er sein Vermögen erwirbt. Amin al-halali, amin al-haram. Auf einem Halal-Weg oder auf einem Haram-Weg. In einem anderen Wortlaut zu dem gleichen Hadith wird noch zugefügt und angehängt, wie soll jemandem dann sein Dua erhört werden. In einem anderen Hadith des Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er vom jüngsten Tag spricht, heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen am jüngsten Tag, am Tage des Gerichts über vier Dinge fragen wird. Eines wird sein, und über sein Vermögen, sein Geld, wie er es sich angeeignet hat, wie er es erworben hat und wofür er es ausgegeben hat. Das sind Dinge, über die uns Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag fragen wird. Wir sollten uns also daher die Frage stellen, ist der Unterschied relevant, wenn wir zum Beispiel sagen würden, ich esse nur etwas, was Halal ist und achte aber nicht darauf, woher das Geld kommt, ob das auch auf dem Halal-Wege ist. Macht es dann noch einen relevanten Unterschied oder ist es im Grunde genommen fast das Gleiche, wenn ich mir mein Vermögen aneigne, auf einem Weg, der islamrechtlich sehr bedenklich ist und wie wir alle wissen, auch Haram in den meisten Fällen. Von daher sollten wir uns wirklich vergewissern und uns die Frage stellen, wie erwerben wir unser Vermögen. Denn mit diesem Vermögen ernähren wir uns, unseren Körper und unsere Familien und wir versuchen mit diesem Vermögen auch Gutes zu bewirken. Wenn der Segen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht in diesem Vermögen steckt, dann werden wir daraus und davon nicht profitieren können. ich sage das, was schuldig. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns über den Koran und über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Werte vermittelt. Werte, grundsätzliche Werte, allgemeine Werte, die gelten immer. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, das sind Werte, die sind universell. Im Islam sind das Werte, die müssen immer gelebt werden. Die sollten in jedem Teil des Lebens, in jedem Lebensabschnitt, in jeder Situation, die wir leben, sollten sie gegenwärtig sein. Man muss sich nicht permanent darüber bewusst sein, doch wenn es in die Natur des Menschen mit einfließt und automatisch dann läuft, dann ist es der richtige Weg. Man muss sich nicht bei jeder einzelnen Sache diese Sache vergegenwärtigen, sondern es muss mit der Natur des Menschen, mit der Persönlichkeit des einzelnen Menschen konform sein, in Einklang sein und muss permanent tief in ihm drin sitzen. Es sind Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Und dann gibt es andere Werte, die Allah subhanahu wa ta'ala, allgemeine Werte, die er verboten hat, wie das Lügen und das Betrügen. Es sind Dinge, oder der Neid, das sind Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Und diese Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut, davor sollten wir uns hüten. Wir sollten uns hüten, diese Dinge zu leben, diese Dinge zu praktizieren und erst recht durch diese Arten und Weisen dadurch unseren Lebensunterhalt zu erwerben und zu verdienen. Denn wenn wir über Lüge, über Betrug, über Fälschung, über diese Dinge Geld verdienen und einen Teil unseres Lebens finanzieren, dann wird sich das wahrscheinlich auch auf unser Leben auswirken und auf das Leben unserer Familien. Denn der Segen, wie wir wissen, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat davor gewarnt im Koran. Es gibt viele Stellen im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala genau vor diesen Eigenschaften gewarnt hat. So sagte er ganz deutlich, dass das Betrügen eine große Sünde ist und dass man sich hüten sollte. Und der Prophet Muhammad s.a.w. bestätigte es an vielen Stellen. So heißt es in Surah al-Mutaffifin, in Surah 83 in den ersten Versen. Wehe denen, die das Maß verkürzen. Wenn sie etwas verkaufen, dann geben sie etwas weniger. Die, wenn sie sich von den Menschen etwas zumessen lassen wollen, also wenn sie etwas kaufen, wollen sie volles Maß haben. Wenn sie ihnen aber zumessen, also wenn sie aber was geben, dann wollen sie nur das Mindeste geben, das Geringe, wenig geben. Das, was dem anderen zusteht, sie geben ihm weniger. Wissen die Menschen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie auferwecken wird? Allah subhanahu wa ta'ala wird uns alle auferwecken. Wir sind uns darüber sicher. Niemand leugnet das. Jeder Muslim weiß, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und so sollten wir wissen, dass wenn wir Handeln, wenn wir einen Handel treiben, wenn wir Geld verdienen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns genau dafür, wie es in dem Hadith, den ich vorhin erwähnt habe, genau dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Und wenn wir es auf einem Halalweg gemacht haben, dann werden wir dafür belohnt. Doch wenn unser Vermögen aus einem Teil Haram besteht, dann haben wir gesündigt. Und nicht nur Allah gegenüber. Denn wenn wir einige Zeit vielleicht nicht gebetet haben oder etwas gemacht haben, Allah sein Recht nicht gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Barmherzige, der Gnädige, der Vergebende. Er kann vergeben, wem er möchte. Und jemand, der aufrichtig bereut, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Doch wenn wir den Menschen betrogen haben, ihm sein Recht nicht gegeben haben, dann wird dieser Mensch am jüngsten Tag sein Recht verlangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala kann uns nur vergeben, wenn dieser Mensch uns vergibt. Und wir wissen genau, dass am jüngsten Tag, dass jeder nur an sich denken wird. Die Mutter, die auf dieser Welt alles für ihre Kinder tun würde und die Eltern, die für ihre Kinder alles tun würden und auch umgekehrt in vielen Fällen. Sie werden an diesem Tag, am jüngsten Tag nur an sich denken. Nefsi, nefsi. Und deswegen sollten wir uns davor hüten, Unrecht zu tun und auf unrechte Weise unser Vermögen zu erwerben. Und so heißt es weiter, rechnen diese Menschen denn nicht, wissen sie nicht, dass sie auferweckt werden. Zu einem gewaltigen Tag, ein gewaltiger Tag wird es sein. Ein gewaltiger Tag, in dem wir jede Kleinigkeit, die wir gemacht haben, an Gutem, dafür werden wir belohnt werden. Und jede Kleinigkeit, die wir falsch gemacht haben, dafür werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Aufgrund dessen ist es wichtig, dass wir gucken, was wir tun. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte es in ganz vielen Hadithen. Men rasha fallaysa minna. Wer betrügt, gehört nicht zu uns. Also wenn jemand betrügt, warum betrügt er? Damit er daraus profitiert. Und deswegen sollten wir uns das vergegenwärtigen. Betrug bringt uns hier vielleicht einige Euros. Bringt uns auf dieser Welt vielleicht etwas Geld. Doch das Glück und der Segen in dem Geld, das kommt von Allah s.w.t. Und wie viele Leute sind reich? Und wie viele Leute haben viel Geld und viel Vermögen und verdienen sehr, sehr gut? Doch ihr Vermögen ist nicht halal. Und wie viele Menschen von dieser Sorte hat Allah s.w.t. Unglück gebracht, kein Segen? Sie haben alles Materielle, was sie wünschen, doch sie spüren eine Leere. Oder haben Wünsche, die ihnen nicht erfüllt werden. Und deswegen sollte man diese Dinge auch hinterfragen. Es kann ein Grund sein, warum Allah s.w.t. jemandem etwas nicht gibt, was er wünscht, um ein glückliches Leben zu haben, warum es ihm nicht gibt. Ein Grund kann sein, dass das Leben, das dieser Mensch führt, auf einem großen Teil oder auf einem Teil von Haramvermögen basiert. Deswegen ist es für uns alle wichtig, dass wir darauf achten, dass das Geld, das wir verdienen, halal ist. Dass wir gucken, wenn wir kaufen, dass wir ehrlich sind. Wenn wir verkaufen, dass wir ehrlich sind. Und jeder von uns, manche Leute sagen, wann kaufen wir und wann verkaufen wir? Wir kaufen oft, dass wir dem gegenüber das geben, was ihm zusteht. Und dass, wenn wir was verkaufen, ob über Ebay, ob persönlich jemand verkauft, ein Handy, ein Motorrad, ein Auto, dass er auch auf die Mängel hinweist. Das ist ein Problem an diesem Handy. Das ist ein Problem an diesem Auto. Das Auto kostet so viel, aber es hat diese und diese Macke. Man legt alles offen, was man weiß. Das ist Ehrlichkeit. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala für die Muslime und für die Menschen allgemein vorgesehen hat. Und das ist der Grund, warum der Islam sich verbreitet hat auf der ganzen Welt. Nach Indonesien, nach China, da ist niemals ein Muslim mit einem Schwert hin, wie man sagt. Der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet. Nein, das waren aufrichtige Menschen. Händler. Die Menschen haben diese Muslime gesehen, die aus der Wüste gekommen sind. Was sind das für Eigenschaften, die diese Menschen haben? Sie nehmen lieber weniger Geld, aber auf ehrliche Art und Weise als viel Geld durch Betrug und durch Verheimlichung von irgendwelchen Mängeln. Denn sie wissen genau, das Vermögen ist nicht mein Vermögen. Das Vermögen kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Handel ist nur ein Weg, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala mir erlaubt hat, mein Leben zu finanzieren. Und wie soll ich dann diesen Weg, den mir Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, diesen Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala mir hat zukommen lassen, wie soll ich durch diesen Weg Allah subhanahu wa ta'ala hintergehen und Dinge tun, die Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat? Das gleiche gilt auf der Arbeit und das betrifft die meisten von uns. Die meisten von uns, wir haben Arbeitsverträge, wir arbeiten irgendwo und es gibt Arbeitszeiten, an die wir uns halten sollten. Wenn es heißt, wir fangen um 8 Uhr an, so sollten wir um 8 Uhr anfangen. Wenn wir jetzt später anfangen, dann sollten wir darauf achten, dass wir die Zeit nachholen, weil es vorgeschrieben ist. So sollten wir auch die Arbeitszeit versuchen, mit Arbeit zu verbringen, das eine Selbstverständlichkeit ist. Doch wie viele Menschen, und nicht nur Muslime, wie viele Menschen verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit anderen Dingen? Es gab vor einiger Zeit eine Studie, in der es hieß, glaube ich, 20-30% mit Facebook, mit Radio, mit privaten Telefonaten. Viele Menschen machen das. Doch ein Muslim sollte vorsichtig sein, 20-30% der Arbeitszeit mit anderen Dingen zu verbringen. Die nicht im Vertrag stehen oder die ich nicht machen darf oder nicht machen sollte, weil ich arbeiten sollte. Dieser Teil, ist dieser Teil noch halal? Jemand verdient dann 2000 Euro und muss gucken, ob diese 30%, in denen er andere Sachen gemacht hat, ist das halal? Es gibt sogar noch schlimmere Fälle, die im Monat Ramadan zum Beispiel, dass sich Leute krank schreiben lassen, um den Monat Ramadan in der Moschee zu verbringen. Arbeit ist Gottesdienst. Der Erwerb dieses Vermögens basiert auf einer Lüge, auf Betrug, auf Geld, das mir nicht zusteht. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Er kann sich krank schreiben lassen, kein Problem. Wenn sich jemand Urlaub nehmen möchte, in den letzten Wochen des Ramadans oder in den ganzen Ramadans, steht ihm zu. All diese Dinge stehen ihm zu. Doch wenn er den Arbeitgeber betrügt oder in einem Handel den Gegenüber betrügt und ihm sein Recht nimmt, denn das ist das Geld des Arbeitgebers, der, der dich eingestellt hat, der dir vertraut hat. Und selbst wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, sollte man darauf achten, dass man das Recht der anderen berücksichtigt. So gibt es ein bekanntes Sprichwort unter muslimischen Gelehrten. Das heißt, lieber gibst du die kompletten Rechte und verzichtest auf einige deiner Rechte. Also du machst deine Pflichten komplett und verzichtest, wenn es sein muss, auf einige deiner Rechte, denn am jüngsten Tag wirst du dein Recht komplett bekommen. Doch wenn du jemandem sein Recht genommen hast, dann wirst du am jüngsten Tag dafür gerade stehen müssen. In dem Sinne ist es wichtig, dass wir darauf achten, woher unser Geld kommt. Wissen wir, woher unser Geld kommt, dann ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, uns zu vergewissern. Dass dieses Geld halal ist, dass dieses Geld halal ist, denn darin ist der Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ist in dem Geld kein Segen, so werden wir in dieser Welt vielleicht nicht glücklich werden, aufgrund dessen. Und wir werden durch viele Prüfungen geprüft werden, die viele von uns vielleicht nicht bestehen und nicht wünschen, dass wir solche Prüfungen erleiden. Und wir werden am jüngsten Tag dafür gerade stehen müssen. Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Dinge geboten. Und was uns Allah subhanahu wa ta'ala gebietet, dafür wird er uns belohnen. In dieser Welt schon. Und wie viele Leute, die wir vielleicht in der Heimat kennen, in bestimmten Ländern, Marokko, Tunesien, Afghanistan, leben ein ganz einfaches Leben, doch sie sind wunschlos glücklich. Ihnen geht es gut. Sie leben im Einklang mit sich, ihrer Familie, dem Islam und Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie viele Menschen haben sehr viel und sind nicht glücklich. In diesem Sinne sollten wir darauf achten, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Regeln, die er uns gegeben hat, dass wir diese Regeln respektieren und achten. Bitten wir also Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns vergibt. Oh Allah, du bist der Barmherzige, du bist der Allerbarmer, der Vergebende. Oh Allah, segne unseren Besitz, unser Vermögen und unser Leben. Oh Allah, lass die Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit eine ständige Eigenschaft in uns sein, ja Allah. Oh Allah, vergebe uns und unseren Eltern unsere Verfehlungen und unsere Nachlässigkeiten, ja Allah. Oh Allah, vergebe uns und unseren Eltern unsere Verfehlungen und unsere Nachlässigkeiten, ja Allah. Und stehe den unterdrückten Menschen bei, ja Allah, und denen, die Leid erfahren, ja Allah. Sie haben niemanden außer dir, ja Allah. Oh Allah, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Rabbana ätina fid dunya hasana wa fil ahirati hasana wa qinaa adab al-nar wa sallillahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ätina fid von Pi